Gute Leute suchen sie und ich bin ein guter Mann. Also mein Name ist Jens Kegenhoff. Rüner Boot-Kreiser. Ich bin Dennis Verhoeven. Ich bin Andreas Hort. Ich bin Benedikt Stopper. Ich bin der Steffen Jahr. René Kurt Zornreck. Also ich habe meine Ausbildung bei der CFT gemacht und bin dann nach 14 Jahren jetzt hier schon in dem Betrieb. Wir bauen Filteranlagen und aber auch Ventilatoren für den Bergbau, für den Tunnelbau. Wir sind viel in Europa auch unterwegs. Da sind wir weltweit tätig, keine Frage. Es gibt viele witzige Sachen, die möchte ich jetzt hier nicht erzählen. Kollegen sind außerhalb einer Familie, da springt jeder für den anderen ein. Unter den Kollegen ist Bombe. Ja, man muss echt sagen, familiär ist das auf jeden Fall. Ein lockeres Verhältnis. Untereinander macht man natürlich viel Witze. Weil hier arbeiten viele motivierte Mitarbeiter. Kann man nur den Hut vorziehen. Man hat viel Spaß zusammen. Unterwegs auf der Montage. Ist man eigentlich ein Allrounder. Baut die Anlagen mit auf, die Messtechnik, alles was dazugehört. In den Betriebnahmen von Anlagen. Einmal Lüfterbau. Prüf auch in der Firma die Lüfter. Filterbau. Ist eigentlich voll interessant. Ist kein Job, den man alleine macht, sondern das ist was, was nur im Team funktioniert. Wer eine Technik begeistert, muss einfach Mensch sein. Bewirb dich jetzt. Bewirb dich jetzt. Bewerben Sie sich jetzt. Bewirb dich jetzt. Bewirb dich jetzt. Bewirb dich jetzt. Bewirb dich jetzt.